willkommen zurück zu medizin technik 2 und heute wollen wir uns etwas über nuklearmedizinische verfahren unterhalten nun wie schon angekündigt das heutige thema ist nuklearmedizin und wir wollen uns zunächst in der einführung ein bisschen angucken was das thema überhaupt ist und was die besonderheiten in der nuklearmedizin sind und später uns dann die physikalischen grundlagen ansehen nachher und die ganze bildkette wie wir eben am ende zum bild kommen untersuchen und zum schluss werden wir noch kurz über das thema hybride bildgebung sprechen für die nuklearmedizinische bildgebung brauchen wir sogenannte tracer und das tracer prinzip wurde 1935 von george der hessie entdeckt er indizierte radioaktives material in ratten und fand heraus dass es sich in den knochen ablagert das interessante an diesem experiment war dass er dadurch zeigen konnte dass auch die knochen tatsächlich ein teil des lebenden organismus sind bis zu dem zeitpunkt war man sich nicht ganz sicher ob es überhaupt stoffwechsel im knochen gibt oder ob das einfach nur kalzium ablagerungen sind die stück für stück mit dem körper wachsen aber durch dieses experiment konnte eben nachgewiesen werden dass auch im knochen stoffwechsel stattfindet diese vorgang hat im wesentlichen die grundlagen für die funktionelle bildgebung in der nuklearmedizin gelegt und auch heute noch wird mit sogenannten tracern gearbeitet die eben radioaktive materialien die langsam zerfallen und dadurch sich eben nachweisen lassen einsetzen um zu lokalisieren wo diese materialien sich angesammelt haben man indiziert typischerweise nicht nur ein radioaktives isotop sondern man baut das ganze durch ein tracer in ein besonders interessantes molekül ein und über die funktionelle nuklearmedizinische bildgebung kann ich mir dann ansehen wo dieses molekül sich im körper ablagert und das ist natürlich besonders interessant wenn man dafür bestimmte moleküle nimmt von denen wir wissen dass sie wichtig für den stoffwechsel sind im gegensatz zu den morphologischen bildgebenden verfahren die wir bisher gesehen haben wie zum beispiel mr und ct haben wir bei der nuklearmedizinischen bildgebung eine deutlich geringere auflösung dafür können wir aber auch viel kleinere stoffmengen visualisieren wir haben also durch den einsatz von radioaktiven isotopen die möglichkeit sehr geringe stoffmengen von interessierenden molekülen im körper zu visualisieren und das geht natürlich zulasten der auflösung prinzipiell haben wir bei den nuklearmedizinischen verfahren hier beispielsweise pet und speck genannt die wir im späteren verlauf dieses videos noch genauer ansehen werden immer die möglichkeit volumetrische bilder zu rekonstruieren deswegen ziehen wir hier auch den vergleich zur mrt und ct weil sich beides um volumetrische verfahren handelt nun die idee ist also die folgende wir geben ein radioaktives isotop entweder durch injektion oder durch das in den körper aufnehmen über den mund oder einatmen in den körper hinein und können dann den metabolismus vermessen und übliche dinge die man dort eben misst basieren dann auf der auswirkung von perfusion oder generell körperlichen funktionen die dann eine verteilung des traces durch den ganzen körper erreichen ziel der nuklearen medizinischen bildgebung ist es die einzelnen bilder zu rekonstruieren wir wollen also nicht nur volumetrisch x y und z auflösen sondern wir wissen auch dass sich diese tracer mit der zeit verändern weil sie eben einen radioaktiven zerfall unterliegen und wollen daher auch die konzentration zu einem bestimmten zeitpunkt rekonstruieren nun wie funktioniert das ganze sehen wir uns mal die physikalischen grundlagen an hier als beispiel wir setzen isotope ein wir wissen dass es von den elementen eben verschiedene versionen gibt die sich dadurch auszeichnen dass ihre kerne eben entsprechend anders aufgebaut sind hier sind drei versionen von wasserstoff einmal eben nur mit einem proton dann den normalen wasserstoff wir typischerweise in der natur zu finden ist mit einem proton einem neutron oder eben wären wasserstoff der hier zwei neutronen im kern hat dies sind unterschiedliche isotope und diese unterschiedlichen isotope sind teilweise radioaktiv und wenn sie radioaktiv sind zerfallen sie und durch den radioaktiven zerfall können wir sie entsprechend nachweisen beim radioaktiven zerfall nutzen wir aus dass manche isotope nicht stabil sind und durch den radioaktiven zerfall sich im stück für stück verändern und beim zerfall gibt es den sogenannten alpha und beta zerfall beziehungsweise dann auch das einfangen von elektronen isomertransitionen oder spontane fusion wir haben nun hier in den meisten fällen ein alpha oder beta zerfall und die wichtigsten isotope die nuklearmedizinisch eingesetzt werden könnt ihr in dieser tabelle sehen also wir haben zum beispiel gamma strahlung die auftreten kann dass es im prinzip hochenergetische röntgenstrahlung sind photon die typischerweise in der diagnostik eingesetzt werden dann gibt es noch die beta zerfälle beta plus und beta minus weil hier dabei ein elektron oder ein positron entsteht das hier sind entsprechende beta strahlung die zum teil für die therapie aber zum teil für die diagnose eingesetzt werden also typischerweise der zerfall durch elektronen hat nur eine sehr geringe reichweite der positron zerfall findet von der diagnostik seinen einsatz insbesondere weil das positron dann eben entsprechend ausgelöscht wird und dadurch neue gamma quanten entstehen denen entsprechend gemessen werden können andere produkte die bei diesem zerfall entstehen können sind eben protonen neutronen oder auch die sogenannte alpha strahlung die dann ganze helium kerne produzieren kann diese finden sich hauptsächlich in der therapie im einsatz tatsächlich folgen alle diese zerfälle einem zerfalls gesetz und dieses zerfalls gesetz geht eben von einer stoffmenge es null aus und dieses zerfällt dann entlang einer exponentialkurve die entsprechend charakterisiert werden kann mit einem faktor lambda und der zeit und man kann dann auch die halbwertszeit bestimmen und die halbwertszeit ist eben genau die zeit die es braucht bis nur die hälfte der ursprünglichen stoffmenge vorhanden ist die aktivität entspricht der zahl der zerfälle pro zeiteinheit und die aktivität können wir zum beispiel bestimmen über die zeit als lambda mal es null mal hoch minus lambda t eine typische einheit für aktivität sind becquerel und das sind die zerfälle pro sekunde eine ehemalige einheit ist kyrie die aber nicht mehr in europa eingesetzt wird tatsächlich noch in den usa das eben entsprechend von becquerel umgerechnet werden kann und typische aktivitäten in der nuklearmedizin reichen von 100 megabecquerel bis 1000 megabecquerel in der therapie haben wir dann ein bis sieben gigabecquerel wichtige prinzipien für unsere strahlen sicherheit sind natürlich aktivität müssen wir kennen die zeit wird natürlich auch eine wichtige rolle weil wir wissen dass die ganze radioaktivität mit der zeit eben entsprechend geringer wird wichtig ist auch distanz wie bei jeder strahlung haben wir eben dieses abstands quadrats gesetzt dass wir eben je weiter wir weg sind besser vor strahlung geschützt sind und natürlich sind ganz wichtig schutzmaßnahmen durch entsprechende schilde die eingesetzt werden können um zum beispiel kritische organe abzudecken es werden hier also ganz häufig bleischürzen und ähnliches eingesetzt um die auswirkungen der radioaktivität möglichst lokal zu halten in der emissionstomographie also in diesen nuklearmedizinischen verfahren haben wir die quelle jetzt im körper also im gegensatz zum beispiel zu den röntgenverfahren bei denen wir die röntgenquelle außerhalb des körpers hatten und dann nur die schwächung im körper gemessen haben hier bringen wir wirklich die quelle über den tracer in den körper ein und natürlich wollen wir möglichst wenig dosis für den patienten haben das heißt wir wollen möglichst wenig racer indizieren um eben feststellen zu können welche informationen wir für die diagnose brauchen insgesamt haben wir in der ganzen nuklearmedizinischen welt nur sehr sehr geringe photon zahlen also wir haben nur sehr wenig zerfälle wir haben sehr geringe stoffmengen konzentration natürlich auch weil wir die dosis für den patienten besonders niedrig haben wollen prinzipiell ist die emission der fotonen durch einem fondsant prozess gesteuert und hierfür sind insbesondere relevant die systemmatrix letzten endes die geometrie der aufnahme und natürlich unsere aktivität nü und die aktivität nü ist natürlich abhängig von menge des tracers das ich injiziert habe also das ziel in der emissionstomographie ist nun die verteilung von verrauschten projektionen die zu rekonstruieren und dabei das wissen einzusetzen dass wir eben über die systemgeometrie haben damit wir später wissen welche aktivität zu welchem zeitpunkt in welchem wechsel vorlag sehen wir uns das ganze mal an für solche person prozesse wir sehen hier mal beispielshaft die aktivität von unserem tracer über die zeit und wir sehen dass wir hier alle sechs stunden eine halbierung der stoffmenge haben und damit natürlich auch eine entsprechend geringere zahl an zerfällen pro sekunde und daraus ergibt sich natürlich dann auch ein schlechteres signal zu rausch verhältnis wenn wir natürlich sehr viel tracer spritzen würden würden wir sehr genau sehen können aber natürlich hat das negative auswirkungen auf den patienten deswegen wollen wir möglichst versuchen mit wenigen ereignissen zu arbeiten hier mal ein beispiel der rausch verteilung zum zeitpunkt t0 also wenn wir viel tracer haben haben wir typischerweise auch ein sehr gutes signal zu rausch verhältnis und jetzt bei 2 t halbwertszeit also wenn noch ein viertel der stoffmenge vorhanden ist sehe ich dass das rauschen schon deutlich ansteigt und je weiter ich diese zeit erhöhe desto stärker wird auch das rauschen und das ist die wesentliche herausforderung in der nuklearbildgebung dass wir eben sehr sehr geringe tracer konzentration haben und dadurch sehr exzessives rauschen sehen wir uns die bildkette noch ein bisschen genauer an also tatsächlich fängt es damit an dass wir im körper photon irgendwie generieren also irgendwie durch radioaktive zerfälle dann wird das ganze projiziert also die photon laufen irgendwie durch den körper bis sie eben entsprechend am detektor landen dort gibt es einen zintillator der das ganze in sichtbares licht umwandelt und eine entsprechende verstärkung um eine gute messung hinzukriegen und am ende noch signalverarbeitung die dafür sorgt dass wir ein verbessertes signal bekommen wir haben vorhin schon gesehen es gibt zwei verfahren und diese spekt und pet unterscheiden sich im wesentlichen durch den radioaktiven prozess den zugrunde liegt bei der spekt single photon emission computer tomography geht es um reine gamma zerfälle das heißt unser radioaktiver zerfall produziert direkt ein gamma quant das ausgesendet wird und das kann natürlich in beliebige richtungen passieren bei der pet bildgebung geht es um einen beta plus zerfall also ein positron das generiert wird das positron kommt natürlich nicht sehr weit weil es sich hierbei um antimaterie handelt und deswegen löscht das positron sich sehr schnell aus mit einem elektron und bei diesem vorgang entstehen wieder gamma quanten die wir später messen wollen aber diese beiden gamma quanten entstehen genau entgegengesetzte richtung also dadurch entsteht im prinzip ein zerfall von dem ich nachvollziehen kann auf welcher verbindungslinie entstanden ist weil ich quasi an beiden enden der linie das photon messen kann und damit weiß ich genau hier wurde ein zerfall gemessen der irgendwo entlang dieser linie passiert ist diesen vorteil habe ich in der spekt nicht in der spekt weiß ich nicht in welcher richtung dieses gamma quant aufgetreten sein kann weil das im prinzip in jede richtung hinfort fliegen kann für die zentillation also für die umwandlung von gamma strahlung in sichtbares licht werden verschiedene kristalle eingesetzt dabei gibt es eben verschiedene konfigurationen die für verschiedene diagnostische zwecke nützlich sind zum beispiel natriumiodid oder wismut germanium oxid oder auch lutetium silizium oxid diese kristalle werden tatsächlich eingesetzt und es handelt sich dann bei natürlich um hochgradig zweck optimierte materialien wir sehen hier dass sie sich in verschiedenen kennzahlen maßgeblich unterscheiden und natürlich auch dadurch für verschiedene diagnostische zwecke eingesetzt werden wir sehen dass in der spekt andere materialien eingesetzt werden als in der pet bildgebung nun wir haben in der spekt bildgebung das problem dass wir nicht wissen aus welcher richtung unser photon kommt daher werden kollimatoren eingesetzt und die idee des kollimatoren ist quasi die dass wir lamellen auf unseren detektor setzen die hier entsprechend senkrecht dazu ausgerichtet sind und wenn ich jetzt aus einer bestimmten richtung ein photon empfangen würde dann werden diese eben von den lamellen aufgefangen und ich kann nur entsprechend aus senkrechter richtung auf den detektor auftreffen und damit kann man quasi feststellen aus welcher richtung dieses photon kam und wir reduzieren die sensitivität für photon aus anderer richtung nun das hat natürlich jetzt verschiedene freiheitsgrade wir können die lamellen unterschiedlich lang machen wir können die löcher entsprechend größer machen wir können die abstand zum objekt entsprechend vergrößern und damit ergibt sich dann eine entsprechende detektor antwort und diese detektor antwort haben wir hier mal für einen typischen kollimator dargestellt und wir sehen dass hier häufig mit solchen wabenförmigen kollimatoren gearbeitet wird und durch diese wabenförmigen kollimatoren bekommen wir eben in die senkrechte richtung dazu nochmal entsprechende streuereignisse weil eben in dieser richtung die lamelle am dünnsten ist wir können uns auch mal so ein kollimator ansehen hier ist so ein typischer kollimator und wir sehen auch dass diese löcher alle sehr klein sind vergleichen wir hier mal ein 1 cent stück daneben gelegt aber trotzdem sind das natürlich immer noch relativ große aussparungen wenn wir zum beispiel mit den detektor pixeln auf einer ct gantry vergleichen aber der effekt ist eben genau der gewünschte wenn wir gamma konnten aus unterschiedlichsten richtungen empfangen würden dann sorgt eben unser kollimator wie hier rechts zu sehen ist dafür dass nur die strahlung die eben genau senkrecht eintrifft auch wirklich vom detektor gemessen wird nun wir können uns auch ein paar geometrische überlegungen dazu machen aus der geometrie des kollimators können wir die sogenannte full width at half maximum bestimmen das gibt quasi die volle breite ab der halben maximum höhe an und ist ein maß für die schärfe des bildes weil wir damit letzten endes die punktspreis funktion analysieren und um das abschätzen zu können brauchen wir letzten endes den wert d der sich ja quasi durch die größe des kollimator lochs ergibt und wir brauchen zusätzlich noch die zahl r und r ist letzten endes die projektion der maximalen breite eines punktes im raum hier eben entsprechend durch den kollimator dargestellt werden kann und wir sehen dass wir die quantität r eben berechnen können über zentrische streckung und bekommen dann am ende die entsprechende formel r ist gleich d durch l mal klammer auf z plus l halbe klammer zu und damit können wir quasi schon beim design des kollimators uns überlegen wie hoch die auflösung entsprechend sein kann und natürlich wird diese quantität besser je länger wir natürlich unsere lamellen machen also wenn wir die lamellen länger machen dann haben wir natürlich eine bessere auflösung aber lange lamellen bedeuten auch dass mehr photon von ihnen absorbiert werden weil sie eben mit einer höheren wahrscheinlichkeit diese kreuzen und dadurch ergibt sich eben der effekt dass wir die länge der lamellen mit der photon zahl irgendwie ausgleichen müssen das heißt wenn wir nur wenige photon haben dann können wir die lamellen eben nicht so lange machen weil wir ansonsten kaum noch ein signal messen und damit brauchen wir natürlich entsprechende konfigurationen und das führt dann zu verschiedenen einstellungen die wir jetzt hier auf der nächsten folie sehen also es gibt quasi so genannte niedrige energie für die allzweck kollimatoren die wir hier in der ersten spalte sehen dann gibt es kollimatoren mit hoher auflösung die eben entsprechend kleinere d haben und dann gibt es entsprechende ultra hochauflösende kollimatoren die dann längere lamellen haben und diese werte kann man eben gegeneinander ausgleichen um entsprechende unterschiedliche konfigurationen von kollimatoren zu erreichen sehen wir uns hier das ganze noch mal in einem schematischen aufbau an hier sehen wir noch mal schematisch den kollimator und wie danach entsprechend der detektor geschaltet ist und wir sehen dass quasi hier erst der kollimator kommt dann der zintillator kristall das ganze in sichtbares licht umwandelt und am ende ein fotomultiplikator der dann die entsprechende messung durchführt das ist im wesentlichen aufbau der gamma kamera mit dieser gamma kamera können wir dann quasi verschiedene photon messen diese werden dann noch mal vor verstärkt integriert und am ende können wir sogar die höhe der einzelnen impulse messen und damit dann nicht nur die einzelnen events messen wann tatsächlich ein photon eingetroffen ist sondern wir können auch messen wie viel energie das photon hatte das ist jetzt auch wieder ein unterschied zur röntgenbildgebung in dem wir eben große probleme hatten unterschiedliche energien zu messen in der nuklearmedizinischen bildgebung haben wir so wenige ereignisse dass wir also relativ gut die einzelnen ereignisse messen können und dabei sogar die energie analysieren und wenn wir das kennen dann haben wir natürlich einen großen vorteil weil wir wenn wir hier die energie auftragen dann sehen wir dass die photon die das eigentliche signal enthalten energetisch höher sind als photon die zum beispiel das streustrahlsignal haben weil ja durch die streuereignisse energie verloren geht und anhand dessen können wir quasi schon allein an der energie unterscheiden welches photon direkt erzeugt wurde und welches photon tatsächlich über streuereignisse zu uns gekommen sein muss auch sehr spannend ist natürlich dass wir nahezu monochromatische photon hier haben insbesondere im fall der pet bildgebung weil wir hier natürlich genau zwei photon haben die genau 511 kilo elektronenvolt energie haben das heißt wir haben de facto eine monochromatische quelle hier und können damit sehr sehr genau streustrahlung von primärstrahlung unterscheiden nun schauen wir uns mal so ein beispiel an das ist eine planare synthographie und bei der planaren synthographie setze ich quasi hier so einen speck detektor ein oben der kollimator unten noch ein zweiter kollimator und detektor also wir nehmen hier quasi zwei bilder gleichzeitig auf eins von vorne eins von hinten und aus diesem grund kriegen wir dann auch zwei bilder und wir sehen dass sich die beiden bilder unterscheiden obwohl sie quasi aus derselben geometrie parallel aufgenommen werden sind die bilder nicht gleich und das liegt natürlich dadurch dass die photon erstens durch unterschiedliches material hindurch mussten und die quelle natürlich nicht auf der anderen seite liegt sondern mitten im körper liegt und dadurch ergeben sich hier unterschiedliche abbildungen was ist noch spannend wir haben auch die möglichkeit natürlich um den körper herum zu rotieren und durch die rotation um den körper ist es dann eben auch möglich so einzelne herde hier zu lokalisieren wir haben einen deutlichen unterschied zur röntgenbildgebung weil wir letzten endes die quelle im körper haben und dadurch die aktivität eben die aus einem voxel kam multipliziert mit dem beitrag dieses voxel zum aktuellen detektor pixel und das ganze auf integriert also es ist vergleichbar wir haben auch eine integralgleichung die wir hier entsprechend lösen müssen aber die quellen liegen eben entsprechend irgendwo im körper das ganze ist etwas leichter wenn wir uns die pet bildgebung anschauen bei der pet bildgebung haben wir eben diesen effekt dass wir beim zerfall zwei gamma quanten erzeugen die genau gegengesetzte richtung fliegen und dadurch ist es jetzt möglich auf so einem ringdetektor gleichzeitige ereignisse zu detektieren und dadurch wissen wir dann auf welcher linie dieser zerfall stattgefunden haben muss für die rekonstruktion kann man beispielsweise auch filter backprojection einsetzen also das verfahren das wir uns auch in der cte angeguckt haben aber wir haben eben hier sehr schlechte rauscheigenschaften weswegen es dann besser ist mit iterativen verfahren zu rekonstruieren weil wir hier direkt die statistik des rauschens mit modellieren können und einen physikalisch korrekten vorwärts projekte einsetzen können der uns eben bessere bilder rekonstruieren kann tatsächlich funktioniert das bei der iterativen rekonstruktion dann so wir haben letzten endes zwei teile wir haben einmal die zielfunktion die uns sagt wie die aktivität und die voxel miteinander zusammenhängen wie die geometrie ist und wie sie zu den daten führen die wir dann später gemessen haben und das ganze ist letzten endes auch ein inverses problem das heißt wir wollen dann diese zielfunktion invertieren um dann die eigentliche aktivität wieder zurückrechnen zu können und das passiert dann über eine optimierung und die wird dann iterativ verbessert solange bis wir eben nahe genug an der richtigen lösung sind schauen wir uns das ganze ein wie das funktioniert das ganze können wir natürlich auch über einen poisson prozess wieder modellieren und dann hätten wir im idealfall wenn unser detektor immer genau einen voxel messen würde dann wäre es eben so dass wir am detektor genau seine poisson verteilung bekommen würden und diese poisson verteilung entspricht genau der erwarteten aktivität eben in diesem voxel da ist die rekonstruktion auch nicht so schwierig weil wir letzten endes direkt das messen was wir haben wollen und hier ist unsere systemmatrix letzten endes einfach nur eine eins weil wir genau das messen was wir bekommen tatsächlich ist unsere geometrie etwas schwieriger weil wir ja jetzt an jedem detektorelement aus verschiedenen voxeln beiträge bekommen und die voxel haben natürlich nicht immer volle beiträge also manchmal messe ich nur einen teil von dem voxel manchmal messe ich etwas mehr und dadurch ergibt sich eben dieses verhältnis dass ich jetzt nicht direkt das nü einsetzen kann sondern ich habe eben mal den beitrag zu dem entsprechenden pixel auf dem detektor und dann messe ich letzten endes die summe über alle ereignisse die an diesem detektor pixel gemessen werden und das passiert natürlich an einen detektor pixel gleichzeitig und die lösung dieses problems ist dann letzten endes die rekonstruktion des bildes wir können das ganze natürlich als verteiligkeitsfunktion aufschreiben weil wir die entsprechende poisson dichte kennen und wir können zum beispiel jetzt initialisieren mit einer ersten idee für wie wohl unsere verteilung aussieht zum beispiel könnte die überall eins sein dann projizieren wir alles in die entsprechende geometrie physikalisch korrekt vergleichen den unterschied zwischen dem was wir gemessen haben und dem aktuellen zustand unseres volumens und das wird dann entsprechend zurück projiziert ins volumen und das ganze wiederholen wir jetzt so lange bis zur konvergenz wir haben diese algorithmen auch noch ein bisschen mehr detail im skript stehen und wenn ihr dort noch ein bisschen genauer reinlesen wollt schaut doch mal ins skript dort stehen auch noch die ganzen details wie man die Algorithmen dann auch tatsächlich aufschreiben kann und dann auch implementieren kann hier in diesem video werden wir darauf erstmal verzichten das führt uns dann quasi zum gesamtkonzept in dieser systemmatrix das ist natürlich nicht nur die geometrie die da drin steckt sondern tatsächlich passiert natürlich viel mehr von der wahren verteilung bis hin zur messung es kann bewegung auftreten wir haben partial volumen effekte ist finden streuungen statt es findet schwächung statt und das ist dann das entsprechende was wir auf dem detektor messen und für die rekonstruktion müssen wir diese ganzen schritte natürlich umdrehen das heißt wir müssen die schwächung schätzen und korrigieren wir müssen die streustrahlung schätzen und korrigieren wir müssen partial volumen effekte korrigieren und natürlich auch die bewegung und dann kriegen wir tatsächlich die gemessene verteilung einen möglichen Algorithmus hierfür kann man entsprechend formulieren das heißt wir brauchen irgendwie ja auch eine idee von der schwächung die in dem körper stattfindet und da ist es natürlich toll wenn wir zum beispiel eine ct aufnahme haben weil die ja letzten endes genau die schwächung misst die uns interessiert dann können wir aus der ct schwächung berechnen wie die schwächung wäre wenn wir entsprechend photon mit 511 kilo elektronen volt hätten das kann man aus dem ct bild ganz gut schätzen das können wir vorwärts projizieren dann vergleichen wir das mit dem entsprechenden datenmodell und nehmen unsere eigenen spektdaten diese spektdaten korrigieren wir dann um das schwächungsmodell können einen fehler schätzen rück projizieren ein volumen schätzen und das entsprechend wieder vorwärts projizieren und dann iterieren wir so lange bis wir konvergieren also ähnlich den iterativen rekonstruktionsverfahren wir wir schon bei der ct gesehen haben nun was bringt diese schwächungskorrektur die bringt eine ganze menge hier mal ein beispiel von einem emissionsbild das wir ohne schwächungskorrektur rekonstruiert haben auf der linken seite dann das ct bild das natürlich viel höher aufgelöst ist hier sehen wir also es ist ein zylinder den können wir natürlich umrechnen und in den richtigen schwächungsbereich bei 511 kilo elektronenvolt bringen und das ergibt uns dann eine sogenannte müh karte also eine korrektur matrix und wenn ich diese jetzt einsätze dann seht ihr macht das einen ganz gehörigen unterschied und zwar seht ihr wenn wir diese schwächungs korrektur nicht machen dann haben wir eine deutliche abschwächung der koeffizienten zur zylinder mitte und mit schwächungs korrektur können wir das ganze wieder auf einen konstanten wert bringen es gibt noch weitere verfahren die helfen die bildqualität zu verbessern dazu gehören zum beispiel sogenannte time of light bildgebung hierbei wird so genau gemessen dass ich bei pet feststellen kann aus welcher tiefe dieses gamma quant her kam ich kann also quasi den zeitversatz messen mit denen die beiden gamma quanten am detektor ankommen und daraus zurück rechnen aus welcher tiefe ungefähr der zerfall kam und damit bekomme ich dann nicht nur eine rückprojektion sondern was ja sonst nur ein verschmieren in die entsprechende projektionsrichtung wäre nein ich bekomme auch schon eine deutliche tiefenauflösung und damit kann ich eben mit weniger messungen und weniger projektionen schon viel bessere rekonstruktionen machen ja was sind die typischen fragestellungen in der nuklearmedizin ja häufig geht es darum lokalisierung wachsen von tumoren suchen nach metastasen und eben therapie kontrolle also sehr häufig werden diese verfahren bei der behandlung von krebs eingesetzt und da ist es natürlich auch klar dass man eben akut krebs ereignisse hat die man behandeln möchte und man auch gar nicht mehr so große sorgen hat was jetzt bei dem patienten passiert wenn der jetzt von aufgrund der strahlung in zehn jahren oder 15 jahren krebs entwickelt naja der hat schon krebs und wir müssen jetzt akut was unternehmen und entsprechend hier eine behandlung herbeiführen weil sonst der patient gar keine zehn jahre mehr lebt es gibt aber auch andere verfahren zum beispiel bei der epilepsie diagnose alzheimer schlaganfall und ischämie wie auch in der kardiologie wo es um die perfusion des myocardiums geht des herzmuskels oder auch bei anderen ischämien im herzmuskel ja und dann gibt es natürlich auch pharmakologische forschung wo wir eben spezielle tracer zusammenbauen und dann die wirkungsweise und effektivität von solchen pharmazeutika beurteilen möchten hier ein kleines beispiel für einen hirntumor der entsprechend lokalisiert wurde rechts das pet bild links das mrt bild und dann kann ich quasi diese beiden bilder in selbe koordinatensystem bringen durch eine sogenannte bildfusion und mit der bildfusion kann ich dann auch sehr viel schöner beurteilen was die anatomie im hintergrund ist und wo es genau lokalisiert ist um zum beispiel eine intervention vorzubereiten deswegen sind solche hybrid installation eigentlich stand der technik also wir haben fast nie einzelne luklearmedizinische bilder sondern immer das ganze noch mit einem morphologischen bild unterlegt damit man es eben in den anatomischen kontext bringen kann hier bei der herzbildgebung genauso stand der technik spekt scanner findet man eigentlich gar nicht mehr einzelnen sondern man findet immer spekt ct scanner die eben solche hybriden bilder aufnehmen können wie sieht es mit der dosis aus naja also je nachdem wo ich bildgebung mache zwischen schilddrüse gehirn lunge leber auch nieren oder knochen finden wir doch relativ große unterschiede in der dosis aber tatsächlich sind wir hier in der größenordnung von milli gray und die dosis ist natürlich am höchsten in dem organ wo es ganze untersucht wird und man versucht dann natürlich die kollateral dosis auf andere organe möglichst kring zu halten trotzdem muss man entsprechend abstand von den patienten halten weil wir auch immer noch bei einem meter abstand entsprechend starke dosis erhalten können das heißt weil wir den tracer natürlich in den patienten gegeben haben strahlt der patient selber noch eine ganze zeit lang nachgabe des tracers und muss deswegen auch speziell abgeschirmt werden die meisten tracer bleiben auch nicht im körper bis sie komplett zerfallen sind sondern diese werden dann auf natürlichen wege wieder ausgeschieden so dass man dann meistens schon nach wenigen stunden nach der entsprechenden diagnostik wieder größtenteils frei ist von solchen radionukleiden ja das führt uns zum thema hybride bildgebung und bei der hybriden bildgebung haben wir eben solche spekt ct scanner im einsatz und hier ist jetzt die idee dass wir eben auf derselben gentry zwei modalitäten messen können wir können also das spekt signal messen was typischerweise auch relativ lange gemessen wird also bis zu 20 minuten und dann können wir quasi zwischendrin noch 20 sekunden spiral ct machen um entsprechend hohe aufgelöste bilder zu bekommen die wir dann überlagern können der große vorteil ist dass der patient eben auf demselben bett liegt nicht aufstehen muss wenn er einmal aufsteht und ich mache irgendwie bildgebung im abdomen dann liegen nachher die organe beim erneuten hinlegen völlig anders und das macht eben die überlagerung sehr schwierig so muss der patient nicht von einem scanner zum anderen laufen und wir kriegen die bilder direkt aufgenommen nun ct hat natürlich eine entsprechende strahlendosis wird aber auch in kombination mit pet eingesetzt eleganter ist es wenn man einen pet mr scanner einsetzt wie hier dargestellt auch hier können wir beide systeme auf dieselbe gentry bringen und damit lassen sich dann eben multimodale bildgebung von pet und mr gleichzeitig messen und das schöne ist dass wir eben bei der bildgebung keine zusätzliche strahlung für den patienten haben allerdings haben wir natürlich ein problem wir brauchen schwächungs koeffizienten und die schwächungs koeffizienten des röntgen die kriege natürlich nicht mit einem mr scanner gemessen aber es gibt approximations verfahren die dann viele unterschiedliche mr sequenzen einsetzen um entsprechende ct ähnliche schwächungs karten stimmen tatsächlich läuft es dann darauf dass wir versuchen und letzten endes ein knochenbild ein wasserbild und ein luftbild zu erzeugen und aus diesen drei materialien kann ich dann schon ganz gute schwächungs bilder konstruieren nun ich hoffe euch hat dieses video zur nuklearmedizinischen bildgebung spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten video wenn wir uns noch weitere modalitäten ansehen vielen dank fürs zuhören und auf wiedersehen